Der Hoffnungslauf in der Trabant-Klasse steht an, das sind die Fahrer, die gestern irgendwie auf der Strecke geblieben sind und die können hier jetzt im letzten Hoffnungslauf noch einmal drum kämpfen, in die nächste Runde zu kommen. Wir haben acht Starter, das heißt vier kommen in die nächste Runde. Die Lützer übernehmen die Führung in diesen ersten Hoffnungslauf der Trabant-Klasse. Machen sie sich startbereit und Lütz ist auf Platz 1 unterwegs, Lütz führt das Feld an, sie sind vorne mit ihrem Gefährd. Racing Team Lütz auf Position 1, auf der zweiten Position am heutigen Tage. Die Startnummer 576, Ulach Müller von den Black Riders Primastorf, dann kommen die Torf Walker und dann das Racing Team Bubble Zone. So ist die Position momentan im Feld, hinter dran Crazy Nightmare Racers mit Dana am Steuer. Die Startnummer 206, etwas abgeschlagen, Hans-Tieter Schäfer von den Black Riders Primastorf, er hat hier an Boden verloren. Startnummer 208, ist vorne Marco Lempke auf Platz 1 unterwegs. Lempke ist vorne, die Torf Walker auf der zweiten Position mit dabei. Zweiter Platz für die Torf Walker und den verteidigen sie auch tapfer. Marco Lempke setzt sich immer weiter ab. Der dritte Platz wird hier weiterhin eingenommen von der Startnummer 576. Olaf Müller, Black Riders Primastorf und dann kommen die Crazy Nightmare Racers. Die und Gnade Müllfe werden noch einmal rausgedreht, die Nadine hat zu kämpfen, kommt aber. Jetzt holt er auf die Strecke hin, doch ist nichts verloren. Wir sind in der letzten Runde im dritten Hoffnungslauf am diesen Rennwochenende. Und er wird genutzt von den Lützern. Dann auf 1 die Torf Walker, auf 2, auf 3 die Black Riders Primastorf und der vierte Platz geht an Crazy Nightmare Racers. Mit Startnummer 281, fünfter Platz für Andreas Michalski, schwarze Küken. Dann kommen noch einmal die Black Riders Primastorf und Hans-Tieter Schäfer über die Ziellinie. Und auch die Gnade Müllfe werden abgewunkelt mit der Nadine am Steuer und der Startnummer auf 400.